Das kompetitive Fantasy-Kartenspiel Tales Are Real ist zurück und hält zwei neue Völker für dich bereit. Für welche Seite wirst du dich entscheiden? Für die schwer gepanzerten Menschen oder die blutrünstigen Untoten? In Tales Are Real übernimmst du als Kommandant die Befehlsgewalt über eine fünfköpfige Truppe aus Kreaturen, rüstest diese mit mächtigen Waffen aus und führst sie in die Schlacht. Vernichte so viele Kreaturen deines Gegners wie möglich und sichere dir den Sieg. Dafür stehen dir unterschiedliche Völker zur Verfügung, jedes mit einer einzigartigen Eigenschaft, die es von den anderen unterscheidet. Dieser Umstand beeinflusst die Spielweise der Völker. Übernimmst du das Kommando über schwer gepanzerte Menschen, blutrünstige Untote oder eines der alten Völker aus dem ersten Hauptspiel? Für welche Seite wirst du dich entscheiden? Tales Are Real. Menschen versus Untote. Ab sofort in der Spiele-Schmiede.